Ich bin Natalia Pestochova, Partner Vermittlung Ukrainer Natalia. Heute sprechen wir über ukrainische Frauen und viele Männer fragen immer wieder mich, warum sind sie so wunderschön und so attraktiv und so intelligent und wie kann es sein, dass sie tatsächlich ohne Freund haben, ohne Mann haben. Das kann doch nicht wahr sein, dass solche Frauen, so Topfrauen auf der Straße in der Ukraine, einfach so laufen und die haben beste Berufe und die sind Single und das kann doch nicht wahr sein, dass sie auf der Partnersuche sind. Ich muss sagen, das ist eigentlich normal und wenn sie einmal nach Kijau fliegen, dann werden sie einfach über die Straße laufen und auf der Bank vielleicht sitzen und wirklich stauen, wie viele tolle Frauen auf der Straße laufen, man hat wirklich das Gefühl, dass man heute einen Modelwettbewerb hat oder einen Schönheitswettbewerb und alle Damen, die eilen sich gerade dahin. Das Geheimnis ist das, dass man muss tatsächlich so sagen, obwohl das klingt schon ein bisschen erstaunlich, dass die Frauen in der Ukraine im ständigen Wettbewerb sind und die stehen jeden Morgen auf und denken, heute treffe ich den richtigen Mann. Und das Problem ist im Land, dass wir zu viele tolle Frauen haben und zu wenig gute Männer für diese Frauen und man kann das so ein solches Verhältnis nennen, dass es für einen Mann vier Frauen gibt im Land. Und die Männer, die sind total verwöhnt und viele stellen sich das schon so vor, ich habe eine Ehefrau und zwei Freundinnen gleichzeitig, was nicht allen Frauen das Modell gefällt. So stehen die Frauen morgens auf, machen sich fit und schön und gehen nach draußen und denken, vielleicht läuft er mir heute über den Weg und wenn ich treffe, dann muss ich tatsächlich perfekt aussehen. Aber nur perfekt aussehen reicht mir nicht, weil die anderen Frauen sehen auch perfekt aus, da muss ich noch mehr anbieten. Die Hauptaufgabe der Frauen, diesen Mann zu finden und den natürlich zu überzeugen und dann noch festhalten. Das heißt, du musst den Mann so überzeugen, dass er tatsächlich bei dir lange bleibt und nicht nur einen Tag oder einen Abend. Deswegen entwickeln sich die Frauen ständig, die lesen viel, die interessieren sich sehr viel für Psychologie und wenn sie dann bei uns Profile lesen, dann sehen sie, fast jede Frau als Hobby Psychologie nennt. Das heißt nicht, dass wir studierte Psychologinnen sind, aber wir interessieren uns sehr für zwischenmenschliche Beziehungen. Das ist aber nur ein Vorteil für sie, weil sie werden dann später merken, dass diese Frauen unglaublich angenehme Gesprächspartnerinnen sind. Die haben dieses Feingefühl, wie man Gespräche führt und das machen sie alles dafür, damit ihnen, dem Mann, dem Ehemann, zukünftigen Ehemann für diese Frauen, diese gemeinsame Zeit angenehm scheint. Dafür investieren diese Frauen Geld und wenn sie diesen richtigen Mann treffen, dann ist das alles nicht zu schade. Dann investieren, dann haben sie in die Zukunft investiert und dann hoffen sie tatsächlich, dass diese Zukunft lang gehält für den Rest des Lebens. Ich freue mich, ihnen zu helfen und wenn sie weitere Fragen haben, freue ich mich sehr, sie zu beantworten. Dankeschön und tschüss!